Was ist das Thema Bewegtbild? Wenn interessante Redner da sind, wie zum Beispiel Herr Professor Sinn, wenn wir unser Augsburger Konjunkturgespräch veranstalten, einmal pro Jahr, dessen Kernaussagen aus der Rede, die ja normalerweise anderthalb Stunden lang ist, zusammenzupacken und dann eben unserer Zielgruppe, unseren Mitgliedsbetrieben zur Verfügung zu stellen. Die Folge ist, dass das natürlich Filme sind, die so zwischen 20 und 30 Minuten lang sind. Jetzt mit Sicherheit kein klassisches YouTube-Video, aber eben speziell für diese Zielgruppe gedacht, Kernaussagen von Rednern im Nachgang von Veranstaltungen anschauen zu können, hören zu können und nutzen zu können. Wir drehen das Thema jetzt ein bisschen weiter, indem wir auch sperrige Themen wie zum Beispiel Ressourceneffizienz versuchen in Erklärfilmen zu erläutern und gehen jetzt sogar so weit, dass wir auch kürzere Filme eben, ich sage jetzt mal, zielgruppengerecht für die breite Öffentlichkeit im Internet versuchen zu produzieren. Also so entwickeln wir das Feld weiter, das Ganze läuft bei uns in einer Mediathek und kommt etwas daher wie ein IHK-TV-Kanal. Witzigerweise ist unsere Number One, sage ich jetzt mal, genauso ein langer Film, nämlich mit Professor Sinn, Konjunkturgespräch des letzten Jahres, da haben wir jetzt knapp 2000 Klicks drauf. Die weitere Entwicklung wird dahin gehen, dass wir uns Konzepte eben überlegen für kürzere Stücke, wie ich es eben gesagt habe. Wir sind aber auch eine Kooperation eingegangen im Rahmen des sogenannten IHK24-Verbundes. Das heißt, IHK24, das sind über 40 Kammern, die sich zusammengeschlossen haben, im Internet mit einem relativ einheitlichen Look aufzutreten. Und innerhalb dieses Verbundes werden jetzt auch Filme produziert, das sind in der sogenannten Liegetechnik auch Erklärfilme, IHK leicht erklärt, einfach erklärt heißt es.